So kann man seinen Parteivorsitzenden natürlich auch loswerden. CDU aß Kohl. Der Renner. Hüttenurlaub in der Slowakei. Aber, Achtung, Sagas, Srat, Astat, Pri, Schatte. Auf Deutsch, keine Scheiße und Piesen bei der Hütte. Gut zu wissen, woraus das, was wir eigentlich essen, gemacht ist. Zum Beispiel Alaska-Seelag-Filet, hergestellt aus dem weißen, saftigen Fleisch des Alaska-Seelag-Filets. Dank an das Versandhaus Schöpflein für diesen Preisnachlass. Endlich kann sich jede Frau diese wunderschönen Flamenco-Perms leisten. Bisher 30 Mark, jetzt 29 Mark über 90. Dieser Kurs für Grundschullehrerinnen der Stadt Halle ist bestimmt total überlaufen. Methoden der Sexualerziehung, sie werden praktisch vorgestellt und ausprobiert. Da kann Petrus machen, was er will. Das Bergsportfest der Grazer Pensionäre fällt auf keinen Fall aus. Das Wetter findet bei jeder Witterung statt. Keine Frage, in Deutschland gibt es viel zu viele Beamte. Aber nicht mehr lange, dank GBG-Bestattungen, der Spezialist für den öffentlichen Dienst. Den Pfund hätte er besser nicht gemeldet. Ein Jogger hat auf einem Weg nahe Arnsberg, Sauerland, eine Leiche entdeckt. Der Mann wurde erschossen. Nach dem Neubau ihrer Wache genießen die Feuerwehrleute in Abendorf ein völlig neues Gemeinschaftserlebnis. Wie geplant wurde, der Mannschaftsraum erweitert und um eine ordnungsgemäße Toilette ergänzt, so dass jetzt Gruppensitzungen stattfinden können. Und hier noch der Beweis, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, einen Treffer zu landen. Der andere Wagen fuhr mal nach links, mal nach rechts, dann wieder nach links, ehe ich mit ihm kollidieren konnte. Und hier noch der Beweis, dass die Feuerwehrleute, 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 die Feuerwehr